Ich freue mich, euch begrüßen zu können beim Einleitungs-Livestream zur Löcher im Koran-Megaserie. Wir haben heute Abend einiges vor und ihr könnt gespannt sein. Ja, ich würde sagen, wir steigen gleich mal ein, weil wie gesagt, heute drehen wir das Ganze mal um, Kommentare der Woche oder ähnliches. Wenn, dann machen wir das am Ende, weil dieser Stream jetzt auch eben als Einleitungsvideo direkt zur Serie mit dienen soll. Vielleicht gleich erstmal ein Vorwort zum Titelbild. Dieses Titelbild und auch sonst manche Dinge, die in der Serie vorkommen, muss man ja leider dazu sagen, ich verwende Greenscreen und Chromakee Spezialeffekte. Also, das sind keine echten Löcher im Koran. Keine Bange. Liebe Muslime, ich habe eurem Koran nichts zu leide getan. Brauche ich auch nicht. Es reicht eigentlich schon, wenn ich eure Quellen zitiere. Die tun dem Koran genug zu leide. Ich muss da nicht Löcher reinbohren oder sowas. Und ja, leider muss man das ja sagen, weil die Religion, das Koran ist ja die einzige Religion im uns bekannten Universum, wo Menschen getötet werden dafür, dass man Papier beschädigt. Und ja, das ist halt so eine Sache. Vielleicht sagt man das dann lieber mal dazu, dass sich keine Gemüter erhitzen. Warum ist eigentlich das Thema so wichtig? Und was ist am Koran überhaupt so wunderhaft? Und dann will ich noch was sagen, wie es überhaupt zu dieser Serie kam oder kommt. Die Vorgeschichte zu dem Ganzen. Dann muss ich mal meinen methodischen Ansatz noch ein bisschen erklären und einige wichtige Begriffe und auch noch eine Warnung an die Muslime aussprechen. Weil die nächsten, so Gott will, 100 oder so Wochen wären ziemlich schwierig für Muslime. Ja, steigen wir gleich mal ein. Was ist an dem Thema eigentlich so wichtig? Und da gibt es eine Aussage, die will ich euch mal nicht vorenthalten, sondern direkt live zeigen. Das heißt, dass der Koran von heute genau derselbe ist, wie der von früher. Wort für Wort, Strich für Strich, Punkt für Punkt. Das ist unsere Behauptung. Wir haben keine Lücke, wir haben nicht 150 Jahre Lücke, wie bei der Bibel. Und dann haben wir nur einen kleinen Fetzen. Genau, das ist die Aussage, die immer wieder gebracht wird von manchen Muslimen. Im deutschsprachigen Raum hört man es immer noch. Bis auf den letzten Buchstaben oder manchmal sogar Strich für Strich. Manche sagen sogar Punkt für Punkt, was umso absurder ist, wie wir noch im Laufe der Zeit sehen werden. Das liegt ein Stück weit mit daran, dass der Koran das sagt. Genügt es ihnen denn nicht, dass wir das Buch auf dich hinabgesandt haben? Das heißt, ja, ist denn das nicht genug, dass wir, ja, dass wir den Koran gegeben haben? Da war noch was. Jetzt muss ich nochmal wieder das zurückgeben. Also das ist ein, das ist das Zeichen. Der Koran ist das Zeichen, was Muslime haben oder vorweisen können oder meinen vorweisen zu können. Andere Leute wollten Wunder sehen. Und ich finde es ja eigentlich gut, wenn Muslime den Koran widerlegen. Und die versuchen das auch immer wieder und versuchen dann mit Haditen, die viel, viel später Mohammed angedichtet wurden, zu beweisen, dass Mohammed Wunder gemacht hat. Und widerlegen damit den Koran, der sagt, ja, das ist eigentlich das einzige Zeichen, der Koran das einzige Wunder, was Mohammed gehabt hat. Aber genügt ihnen denn das nicht? Und weil eben, ja, da quasi kein Wunder ist, muss natürlich eine Ausrede dafür gefunden werden. Da heißt es erstmal, und nichts anderes hat uns davon abgehalten, Zeichen mit den Propheten zu senden, als dass die früheren sie für Lügen erklärten. Also dann wird gesagt, ja, ja, die Leute haben halt gesagt, das ist eine Lüge. Wenn da irgendein Wunder kam, das ist ein falsches Wunder oder so. Angeblich ist es ja natürlich seltsam, dass zum Beispiel das Christentum aufgrund von Jesus' Kreuzigung und Auferstehung, einem klaren Wunder und auch vielen anderen Wundern, die Jesus getan hat, die nur Gott tun kann. Deshalb glauben wir, dass Jesus Gott ist. Also irgendwie ist es ja doch nicht so. Und uns wird vorgehalten, das ist schlecht, dass wir an Jesus glauben. Hier wird gesagt, ja, es werden keine Wunder gebracht, weil sie an Wunder nicht glauben. Obwohl ja Christen wegen den größten Wundern gerade glauben. Bisschen seltsam. Aber es muss irgendwie ein Zeichen her. Und jetzt ist dieses Zeichen so laut Islam, laut dem, was viele Muslime glauben, der Koran. Und der soll wundersam bewahrt worden sein. Und weil Muslime diese Sache so hoch hängen, muss man sagen, mit dieser Frage, das ist nicht nur eine Randfrage, sondern das ist wirklich ein ganz zentrales Thema. Mit dieser Frage steht und fällt letztlich dank solchen Dabagandisten wie Iman TV oder auch anderen, die nach wie vor im deutschsprachigen Raum diese Aussage bringen, dass der Koran buchstabengetreu bewahrt wurde, dank dieser Übertreibung, die keinerlei Anhalt in den islamischen Schriften hat, mit Ausnahme von Suren, wie zum Beispiel 1759 und, Entschuldigung, 2951, dass der Koran eben sein einziges Wunder ist und dass der Koran aber auch wundersam bewahrt worden sei. Weil Mohammed hatte nichts anderes vorzuweisen. Es wird erst mal geguckt, jetzt müssen wir mal gucken, was ist am Koran eigentlich so wunderhaft. Der Koran ist das einzige Wunder, okay. Punkt Nummer 1, weil der Koran unnachahmlich sein soll. Sag, wenn sich die Menschen und die Jinn zusammentäten, um etwas herbeizubringen, das diesem Koran gleich wäre, sie brächten nicht seinesgleichen herbei. Auch wenn sie einen anderen Beistand leisten würden. Und jetzt ist es natürlich ein bisschen interessant. Nummer 1 ist das ein wahnsinnig dummes Kriterium, dass man nichts Gleiches machen kann. Zum Beispiel wird es keinen geben, der Werke vergleichbar mit Shakespeare machen kann, der Musik vergleichbar mit Bach machen kann, der Erfindungen seinerzeit so weit voraus vergleichbar mit Da Vinci machen kann. Und trotzdem sind keine dieser Personen jetzt göttlich inspiriert. Also, dass man seinerzeit vielleicht voraus ist oder dass man eine besondere Begabung an irgendwas hat, etwas besonders gut bringt oder kann oder macht, ist kein Zeichen, dass man jetzt göttlich inspirierter Prophet ist. Also das an sich ist schon mal ein wahnsinnig schlechtes Kriterium. Noch schlimmer wird es dann, wenn man sieht, dass im Koran einige Verse sind, die von Menschen gemacht sind oder dass auch die Mekkaner gesagt haben, ja, also sowas du bringst, das können wir auch. Steht auch im Koran. Oder noch schlimmer, dass Satan Verse gemacht hat, die selbst Mohammed persönlich nicht von Versen Allahs unterscheiden konnte. Also der Satan, wie es hier steht, die Djinn und die Menschen, selbst wenn die zusammenhelfen, gar nicht nötig. Der Satan allein hat schon Verse gemacht, die Mohammed nicht unterscheiden konnte. Obwohl vom Inhalt her, was er für ein Vers gebracht hat, dass jeder Dreijährige hätte unterscheiden können von etwas, was von Gott kommt, als etwas, was definitiv nicht von Gott kommt. Von einem Gott, der insbesondere sagt, er ist der Ein und Einzige. Okay, also das hat halt nicht so funktioniert, dass der Koran unnachahmlich ist. Das ging mächtig in die Hose. Da gibt es einen Haufen Probleme mit dem Thema. Dann wird behauptet, ja gut, aber der Koran, der enthält ja wissenschaftliche Wunder. Zum Beispiel Embryologie. Wenn es heißt, hierauf machten wir ihn zu einem Samentropfen in einem festen Aufenthaltsort. Hierauf schufen wir den Samentropfen zu einem Anhängsel. Alaka, das ist ein Blutgerinnsel. Jetzt würde ich da sehr gern alle Muslime fragen, die immer noch versuchen, die Embryologie zu verteidigen. Nennt mir bitte den Tag, es reicht ein Tag, an dem der menschliche Embryo oder an dem der Mensch in seiner Entwicklung ein Blutgerinnsel ist. Nennt mir einen Tag, an dem der Mensch ein Blutgerinnsel ist. Wenn wir hier mal Mohammeds Fantasien mit der Realität vergleichen, es gibt eben nicht diese fünf fiktiven Stadien, die unten sind, sondern es gibt und übrigens hier bei B, das ist das Blutgerinnsel. In der tatsächlichen echten Welt ist es so, dass es drei Phasen gibt und dieses B, das ist gerade im echten Leben so in der Übergang von Embryo zu Fötus-Phase. Und Fötus heißt dann, das Baby ist schon komplett entwickelt. Es muss quasi nur noch weiter wachsen. Also das heißt, am Ende von B ist das kein Blutgerinnsel, das ist ein fertiges, kleines, sehr kleines Baby, wo aber grundsätzlich alle Organanlagen und so schon dran sind. Also absolut nichts zu verteidigen. Der Koran ist kein wissenschaftliches Wunder, sondern eine wissenschaftliche Katastrophe. Dann wird behauptet, okay, aber der Koran, der enthält ja Vorhersagen über die Zukunft. Zum Beispiel diese Geschichte mit den Römern, die besiegt werden. Jetzt muss man natürlich auch wissen, dass das noch nicht punktuiert war, dass damals noch keine diakritischen Zeichen und auch keine Vokale im Koran waren. Das heißt, dass man eigentlich das so oder so interpretieren konnte. Und obwohl das ja auch keine so schwierige Sache ist, weil entweder gewinnt die oder verliert oder irgendwas. Das heißt, es war eine 50-50-Lotterie. Und selbst da ist der Zeitraum noch falsch genannt. Wenn man das, also ihr könnt mir gerne das Video über dieses Thema in meinen Wunder im Koran, in meiner unteren Koranserie angucken, dann muss man noch sagen, obwohl diese 50-50-Lotterie falsch ist, ist es ja seltsam, wenn man denn alle islamischen Quellen ernst nimmt, dass diese Vorhersage erst nach dem Sieg überhaupt getätigt wurde. Und obwohl es nachher getätigt wurde, war die, war die jetzt der Zeitraum noch falsch. Also es ist erstaunlich, wie viel man selbst mit Schummelei falsch machen kann. Ganz erstaunlich. Aber sei es drum, dass mit den Vorhersagen über die Zukunft, die ja Mohammed übrigens auch gesagt hat, dass er es eigentlich nicht hat, sondern dass er mit uns oder mit den damaligen Leuten zu denen gehört, die abwarten und schauen. Trotzdem wird es behauptet, und hier nochmal, wenn es dann, wo dann eben erzählt wird oder gesagt wird, am Tag von Badr hatten die Römer einen Sieg über die Perser. Also dass es eigentlich zu diesem Zeitpunkt war, wo dann erst diese Offenbarung kam. 30, 1 bis 5, hier unten dann, kam das dann erst. Okay, also das Prophezeiung über die Zukunft ging auch mächtig in die Hose. Das Einzige, was Muslimen bleibt am Koran, ist eigentlich, dass der Koran behütet ist. Wo es heißt, gewiss, wir sind es, die wir die Ermahnung offenbart haben und wir werden wahrlich ihr Hüter sein. Also Allah hat gesagt, er wird den Koran bewahren. Jetzt, was Muslime, manche Muslime daraus gemacht haben, ist, dass es eine wunderhafte Bewahrung ist, bis auf den letzten Buchstaben. Und ja, diese wundersame Bewahrung, das ist das, womit sich jetzt diese Videoreihe befasst. Ist das wirklich so? Wie Dawa Missionare, Gelehrte, Imame immer wieder behaupten, dass der Allah seit der Zeit Mohammeds bis heute Buchstabe für Buchstabe, Strich für Strich, wundersam bewahrt worden sei. Ich habe euch da noch mal einen Ausschnitt, weil es so schön ist und mache das jetzt gleich so, dass es besser klappt. Oh, jetzt habe ich zu viele Videos hier drin. Das muss ich erst mal ein paar rausschmeißen. Ich hoffe, ihr könnt so lange aushalten. Und wenn ihr übrigens Fragen habt, dürft ihr die sehr gern stellen, vielleicht aber tendenziell eher am Schluss. Wie gesagt, nach dem Livestream, wenn ihr da eure Fragen aufhebt und dann stellt, würde ich mich sehr freuen. Jetzt erst noch mal dieses zweite Video. ... des Korans. Das heißt, der Koran ist unverfälschend original. Genauso eins zu eins wie vor 1400 Jahren. Wir haben immer gesagt, der Koran ist Strich für Strich, Wort für Wort und so weiter gleich. Und dann kamen immer irgendwelche Videos von Leuten, die keine Ahnung haben. Von Leuten, die keine Ahnung haben. Und ja, schauen wir mal. Man kann sich natürlich auch Ahnung anlesen und Ahnung bekommen im Laufe der Zeit. Und das ist das, was ich mache, dass ich schaue, was sagen die Quellen. Und die Quellen sagen alles andere, als was der Anders hier behauptet. Da ist nichts von Strich für Strich, Wort für Wort, Punkt für Punkt und dergleichen. Es ist unglaublich, dass es tatsächlich noch Leute gibt, die sowas sagen. Insbesondere Leute, die meinen, sich mit sowas zu beschäftigen. Und auch in unserer Zeit, in unserer Situation, in der wir gerade sind. In dem, was in den letzten Jahren passiert ist. Zur Ehrenrettung mancher Muslime muss man aber sagen, man hört diese Aussage praktisch nicht mehr oder so gut wie nicht mehr im englischsprachigen Raum. Weil eben dieses desaströse Interview mit Yassir Qadi, mit Sheikh Yassir Qadi, weil er, ja man kann nicht sagen, wegen dem, was er gesagt hat. Das ist ja fast mehr wegen dem, was er nicht gesagt hat. Und das Video ist so ein Desaster, dieses Interview ist so ein Desaster, dass sowohl sein Interviewpartner, Mohammed Hijab, als auch er selbst das versucht haben, mit sogar eigentlich nicht gerechtfertigten Rechtsmitteln und allem Möglichen aus dem Internet rauszukriegen. Von mir wurden auch zwei Videos gesperrt oder gelöscht von YouTube, obwohl es rechtlich nicht korrekt ist. Aber wir werden heute dieses Video nochmal gemeinsam angucken. Wer es schon gesehen hat, es lohnt sich und ihr werdet es bestimmt nochmal genießen. Es ist einfach gigantisch. Nicht nur wegen dem, was er sagt. Fast noch mehr wegen dem, was er nicht sagt. Was er sich nicht traut zu sagen. Aber hier in Deutschland und im englischsprachigen Raum hat es einfach die Runde gemacht. Und da traut sich jetzt so gut wie keiner mehr, sowas zu behaupten. Im deutschsprachigen Raum denken manche Dawa-Missionare nach wie vor, dass es sich noch nicht so ganz rumgesprochen hat. Wie gesagt, das hängt leider auch damit zusammen, dass mein Video, da meine Übersetzung von dem Interview, gesperrt wurde von YouTube aufgrund der nicht gerechtfertigen Urheberrechtsklage von Yassir Qadi. Aber wie gesagt, heute werden wir es mit Kommentaren, da kann er dann garantiert nichts machen, mit Kommentaren nochmal anschauen. Genau. Und das Gute ist eben, dass im Internetzeitalter sich das letztlich nicht unter den Teppich kehren lässt. Und so wird es heute anfangen mit dieser Serie. So Gott will, wird es in dem Jahr sich keiner mehr trauen, so einen Unsinn von sich zu geben. Auch wenn die Islampropagandisten das gerne unter Verschluss hätten. Aber da lassen wir uns nicht drauf ein. Ist unveränderte Überlieferung ein Zeichen göttlicher Bewahrung? Das muss man ja auch mal, selbst wenn, selbst wenn mir in dieser Serie das nicht gelingen sollte, zu zeigen, dass der Koran verfälscht wurde oder verändert wurde, dass es nicht punktu. Selbst wenn es rauskommen sollte am Ende dieser Serie, der Koran ist tatsächlich Punkt für Punkt, Strich für Strich genau derselbe, wäre das ein Zeichen göttlicher Bewahrung? Möglich oder es liegt massive menschliche Macht dahinter. Zum Beispiel eine Zentralgewalt, wie ein Kalif, der zentral gesteuert alle abweichenden Versionen vernichtet und damit eine Standardversion verbindlich festlegt. Das hat übrigens, nicht nur im Islam gab es sowas, das hat auch bei Maos kleinem Buch funktioniert, bei Maos kleinem roten Buch funktioniert. Nur da hat die Bewahrung besser funktioniert als beim Koran. Würden Muslime jetzt sagen, dass Maos kleines rotes Buch göttlich inspiriert und göttlich bewahrt ist? Ich glaube, auch dieser Einwand, auch dieses Argument, um den Koran hochzuheben, ist letztlich ein grober Unsinn und ein Non-Seguitor, etwas, was logisch nicht folgt. Das Buch ist unverändert, also ist es von Gott. Nein, es gibt viele Bücher, die sind unverändert und sind nicht von Gott. Und selbst wenn es über längere Zeit unverändert ist, aber wir werden in dieser Serie sehen, der Koran ist alles andere als unverändert. Und ja, was eben, wenn nicht? Wenn es nicht so ist, wie gesagt, damit steht und fällt letzten Endes, weil die Muslime das so hochgehoben haben, die Dabagandisten das so hochgehoben haben und manche Gelehrte, deshalb steht und fällt damit nichts anderes als der gesamte Islam. Damit steht und fällt, ob Allah in der Lage ist, den Koran zu bewahren. Damit zeigt sich dann, wenn das nicht so ist, dass man vielleicht solchen Leuten, die solche Behauptungen aufstellen, wie dieses Buchstabe für Buchstabe, dass sie entweder überhaupt keine Ahnung haben, wovon sie reden und man ihnen deshalb nicht zuhören sollte, weil sie einfach Unsinn rausplappern, ohne Ahnung. oder sie wissen, dass es nicht stimmt und man sollte ihnen deshalb nicht zuhören, weil sie einfach lügen wie gedruckt und man ihnen deshalb nicht vertrauen kann. Und dann wäre eben auch der Koran nach islamischem Verständnis widerlegt, weil ja Mohammed oder Allah, nicht Mohammed, sondern Allah ihn nicht bewahren konnte, wie er selbst behauptet hat. Muslime behaupten ja nicht oder sagen ja nicht, dass bewahrt bedeutet ja, die Kernbotschaft des Koran, die ist so einigermaßen zuverlässig überliefert und die vorhandenen Abweichungen und Unklarheiten sind in der Regel nicht sehr schwerwiegend. Das wäre ein Punkt, wo ich sagen könnte, ja gut, da könnte ich mit. Im Groben und Ganzen ist manches vom Koran, soweit es bewahrt ist, ordentlich bewahrt. Viele andere Sachen sind für immer verloren und deshalb alles andere als bewahrt, aber zumindestens das, was bewahrt wurde, wurde einigermaßen gut überliefert. Soweit könnte ich mitgehen. Aber das ist nicht das, was Muslime sagen, sondern die haben den Anspruch, auch viele von denen und setzen den auf so ein hohes Podest. Nochmal zum Vergleich, wie das bei Christen ist, um das nochmal gegenüberzustellen. Christen glauben an Jesus als das ewige, unveränderliche Wort Gottes. Muslime glauben eben an ein Buch, an ein Buch, was auf die Welt gekommen ist, als Ding, was man in der Hand halten kann. Wir glauben nicht an die buchstabengetreue Überlieferung jeder einzelnen Handschrift. Muslime müssen eigentlich einerseits das sagen, andererseits das gleichzeitig abstreiten. Weil was ist der, also wenn man sieht, es gibt keine einzige, keine einzige alte Handschrift, die mit der anderen übereinstimmt beim Koran, dann ist ja, dann ist ja schon die Frage, okay, welche ist denn dann bewahrt, wenn jeder anders ist? Ja, die, die mit dem heutigen Koran übereinstimmt, ja, aber keine einzige stimmt mit dem heutigen Koran übereinst, von den alten Handschriften. Keine einzige. Das heißt, die sind alle falsch, oder? Ja, wie sind sie denn dann bewahrt, aber wenn sie alle falsch sind? Wenn alles, was wir an Handschriftmaterial vom Koran haben, wenn das alles anders ist als der heutige Koran und nicht eine einzige wirklich in Inhalt und mit allem übereinstimmt. Aber wir Christen, wir sehen die zuverlässige Überwachung, der Überlieferung von Jesus, von dem, was er gesagt und getan hat. Also wir sehen das. Wir sehen die biblischen Handschriften, die überliefert wurden, mit allen Abweichungen, mit der halbe Million oder wie viel es gibt, verschiedenen Abweichungen zwischen den Handschriften. Die Zahl ist recht hoch, was gar nicht so schlecht ist, weil es daran liegt, dass wir so viele Handschriften haben. Wir haben tausende Handschriften und jeder einzelne Buchstabe, der in irgendeiner Handschrift abweicht, gibt automatisch eben eine Abweichung. Aber dank dieser vielen Handschriften und dieser vielen Abweichungen können wir eben den Urtext sehr konkret und sehr genau wieder rekonstruieren. Wie so ein Stammbaum von dem Text, der sich entwickelt hat. Da hat eben Schreiber A diesen Buchstabe anders gemacht. Den haben dann Schreiber C und D übernommen als Kopie und vielleicht hat Schreiber D dann noch einen zweiten Buchstabe irgendwo anders verändert. Diese 500.000 Abweichungen, die sind im Prinzip nicht ein Riesenproblem, sondern letztlich helfen sie dazu, den Urtext gut und genau und treffsicher zu rekonstruieren. Und deshalb sind eigentlich je mehr Abweichungen, je mehr Handschriften, desto besser. Und das ist halt nicht das, was wir beim Koran finden. Da finden wir sehr, sehr wenige Handschriften, obwohl die bessere Bedingungen hatten, dass Handschriften erhalten werden. Sehr seltsam, dass es so wenige gibt. Im Christentum muss man eher sich wundern, dass überhaupt sehr alte Handschriften noch erhalten sind, dass überhaupt noch Papyri zum Beispiel erhalten sind, weil Papyrus sich nicht lang hält. Das ist fast ein Wunder, dass wir wirklich noch sehr, sehr alte Papyri auch haben teilweise. Und das ist eigentlich erstaunlich. Nicht, dass wir so wenig haben, sondern dass wir sie noch haben. Insbesondere, wenn es dann zum Beispiel auch, ich meine, unter Diokletian eine Verbrennung, eine gezielte Verbrennung von Bibelhandschriften gab. Gab es übrigens auch beim Koran. Allerdings, da haben es nicht die Feinde gemacht, sondern da haben es die Muslime selbst gemacht. Der Kalif Uthman hat selbst die verschiedenen abweichenden Koran-Handschriften vernichtet. Also, wir sehen das, dass diese Handschriften sehr, sehr gut überliefert sind. Und wir sehen auch die vielen Abweichungen. Wir haben übrigens auch, das muss man vielleicht noch zusätzlich sagen, wir haben trotzdem sowohl die korrekten Texte als auch die Abweichungen. Wir haben beides erhalten. Im Islam sind viele Dinge überhaupt nicht mehr erhalten. Wir wissen von manchen Suren, wir wissen von manchen Versen, die weg sind, wo wir teilweise nicht wissen, ja, waren da wichtige Sachen dabei, nicht wichtige Sachen dabei und auch Sachen, die wichtig sind und die jetzt noch eingehalten werden müssen, wie zum Beispiel die Steinigung, ist, dieser Vers fehlt, wir wissen, er ist wichtig, wir wissen, er muss eingehalten werden, aber er fehlt im Koran. Also, zu diesen und vielen anderen Themen wird es einzelne Videos geben, aber jetzt eben allgemein mal so, wir haben als Christen, wir haben sowohl den Originaltext als auch den abweichenden Text und wir haben sogar die schwierigen Stellen. Und von diesen 500.000, nochmal, von diesen 500.000 Abweichungen innerhalb der tausenden Handschriften, ist es so, dass letzten Endes 99% überhaupt keine Bedeutung, also keinen Bedeutungsunterschied machen, wenige machen einen Bedeutungsunterschied und letzten Endes dampft alles runter auf drei, auf drei, die relevant sind, die aber auch keine Doktrin, keine Lehre verändern, die interessant sind, wo man wirklich drüber reden kann, hey, wie ist das, wie kommt das, dass es jetzt da drin ist oder da nicht drin ist, wo man wirklich, wirklich spannende Diskussionen haben kann, aber wo keine Lehre verändert wird. Keine existente Handschrift weicht irgendwie von der Lehre des Christentums ab, von allen zigtausenden Handschriften. Und deshalb bezeugen wir die Bewahrung der unveränderlichen Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus in den Heiligen Schriften entsprechend Gottes Willen. und somit ist für uns eben nicht der Buchstabe wichtig, sondern die Botschaft. Und die ist nachweislich erhalten, was man vom Koran nicht sagen kann. Anders als im Islam. Da gibt es auch solche Abweichungen. Da gibt es genau dieselben Arten von Abweichungen sogar. Im Prinzip noch deutlich ausgeprägter als im Christentum. Und das ging auch lange, lange unter der Decke zu halten, weil natürlich Islamgelehrte da nicht drüber sprechen. Aber jetzt ist das Problem, dass die nicht muslimischen Islamgelehrten aufgeholt haben. Die haben jetzt auf einmal in ihrer Gelehrsamkeit, in dem, was sie verstehen, mit übersetzten Texten, mit dem Kenntnis über Arabisch und so weiter, die haben wahnsinnig aufgeholt und sind momentan in manchen Gebieten die führenden Islamwissenschaftler. Und wie Dr. Yassir Qadi das Ganze als problematisch ansieht und wo er genau Probleme sieht, das wollen wir uns auch nochmal anschauen. Das macht keinen Sinn und das ist nicht wahr und dies und das. Und sie werden Fragen bringen, die ich jetzt nicht ausdrücklich nennen werde, von denen du weißt, dass sie stimmen, weil sie in deinen eigenen Büchern sind. Von denen, dass sie stimmen, sie stimmen, sie stimmen, sie stimmen, weil sie in deinen eigenen Büchern sind. Sie erfinden nichts Neues. Sie werden dir die 20 Lesarten bringen und sie werden dir Berechnungen bringen und dann nimmst du dazu noch sehr bekannte Probleme von, ich will nicht einmal deutlich werden. Und obendrauf bringst du noch alte Schriften und das und das. Es ist einem sehr klar und auch jedem sehr fortgeschrittenen Studenten und Sprechnerinnen, Oh, da hängt das Video. Tut mir leid, das ist hier ein technisches Problem. Das hat sehr fortgeschrittenen Studenten. Ja, das Video ist nicht korrekt gerendert. Am Schluss, tut mir leid, dass es jeder sehr, im Prinzip geht es darum, dass jeder sehr fortgeschrittenen Student das eigentlich weiß, dass es diese Probleme gibt. Und nochmal, er sagt dir, er sagt dir nicht, dass es, ja, dass es falsche Dinge sind, sondern es sind Dinge, die stimmen, weil sie in deinen eigenen Büchern stehen. Und das ist auch das, was ich in dieser Serie zeigen will. Ich will nicht sagen, was ich drüber denke. Ich will zeigen, was sagen denn die islamischen Bücher. Und da gibt es massive, massive Probleme. Oder da zeigen sich massive Probleme in der Überlieferung des Koran. Aber nochmal, erst mal zur Vorgeschichte. Wie kommt es jetzt überhaupt zu dieser Serie? Es gab eben, wie gesagt, dieses legendäre Interview. Und der hat wirklich diesen jahrhundertealten Mythos, mit der Mission gemacht wurde im Islam, mit der Dawa gemacht wurde, mit der eben, mit diesen falschen Aussagen. Da hat das mächtig aufgeräumt. Und da möchte ich euch jetzt die zwei Videoclips zeigen zum Thema. Das eine, wer ist überhaupt dieser Dr. Yassir Qadi? Der Name ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Und das war ein Vorzeige. Vorzeige nicht nur Moslem, nicht nur Vorzeige Gelehrter, sondern Vorzeige Dawa, Dawa Missionar Islamischer. Er hat, er wird jetzt hier, das werdet ihr gleich hören, er wird Legende der Dawa genannt. Also er ist einer, der wirklich auch damit mitgearbeitet hat, damit nicht Muslime Muslime werden. Massiv. Also der Dawa, wir sprechen über jemanden, der mehr Degrees hat als ein Thermometer. mit dem... Wow. Ja. Also, Yassir Qadi, hier wird gesagt, er hätte mehr Abschlüsse, mehr Degrees, in Englisch macht der Witz halt Sinn, more Degrees than a Thermometer, mehr Abschlüsse als ein Thermometer Grad zahlen hat. Und er wird dann mal auch übrigens von Iman TV ein westlicher Mainstream-Gelehrter genannt. Naja gut, ich meine, dass er halt islamische Religionen in Medina studiert hat und Hadith-Wissenschaften in Medina studiert hat und arabische Sprache in Medina studiert hat und dass er Studiendekan ist beim Al-Margrib-Institut und so weiter, ist ja egal. Das Schlechte ist hier übrigens, dass er dann an Yale und so war. Das wird ihm vorgeworfen, dass er neben der islamischen Gelehrsamkeit in Medina, dass er auch noch westliche Dinge dazu studiert hat. Und in Yale ist ihm eben was begegnet, da werden Fragen gestellt. Und die Fragen, die erkenne halt keine Grenze, sondern da wird weitergebohrt. Anders als im Islam. Da wird dann gesagt, im Interview später, werdet ihr das noch hören, da wird gesagt, na gut, hier ist eine rote Grenze, hier fragen wir nicht weiter. Anders als bei der Bibel, wo gebohrt wird und gefragt wird und wo Christen fragen, hey, wie ist das jetzt? Wie ist das? Und da gibt es kein, da gibt es kein Hör auf zu fragen im Christentum. Ich habe Theologie studiert, ich habe nie gehört, Hör jetzt auf zu fragen. Im Gegenteil, wir werden dazu angeleitet, Dinge zu hinterfragen, Dinge zu forschen, und Dinge zu suchen, in die Tiefe zu tauchen. Im Islam? Nicht so. Warum? Weil dann alles zusammenbricht. Und ein zweites Video zum Thema, wer ist Yassir Qadi? Noch hier. Dass es einem Trinitarier aufzeigen würde, was würde er sagen? Er würde sagen, interessiert mich nicht. Wer ist Karl Barth? Auch hier, tut mir leid, das Video ist nicht korrekt gerendert worden. Das sagt er noch, wer ist Karl Barth? warte mal, ich habe noch eine längere Version davon. Gebt mich. Ich habe noch eine längere Version davon, da wird es dann hoffentlich passen. Ich probiere es nochmal mit der längeren Version. Wenn er das einem Trinitarier aufzeigen würde, was würde er sagen? Er würde sagen, interessiert mich nicht. Wer ist Karl Barth? Gebt mich nichts an. Bro, dasselbe sage ich von Yassir Qadi. Dasselbe sage ich von Shiberelli. Also hier ist Yassir Qadi. Ich meine, der hat zwar in Medina studiert und ist zwar einer der führenden Wissenschaftler, der hat zwar mit 23 oder 24 Jahren schon ein Buch über die Entstehung des Koran und über diese Fragen geschrieben, aber ist ja egal. Ich meine, die Leute hier von Iman TV, ich vermute, die haben mit 23 Jahren noch nicht mal ein Buch über das Thema gelesen. Und Yassir Qadi hat mit 23, 24 Jahren ein Buch veröffentlicht zu dem Thema, was die ganze Standard-Erzählung wiedergibt. Und dann hat er aber weiter studiert. Und er ist dann später eben nach Yale gegangen und ist dann diesen Fragen begegnet, die die westliche Gelehrte stellen, die wahr sind, die in den eigenen Büchern der Muslime stehen und die man nicht einfach so von ja, von der Hand weisen kann. Und deshalb schaut ihr wirklich das ganze Desaster an. YouTube hat zwei meiner Videos gelöscht, aber wir werden heute nochmal einen Versuch wagen, das Ganze anzuschauen. Und unter anderem übrigens hat Yassir Qadi da gesagt, ich kann das, ich kann die Entstehungsgeschichte des Islam, ich kann das nicht in 20 Minuten Interview erklären. Das hat mich dazu veranlasst, zu sagen, ja, von wegen, das mache ich. Ich mache ein Video mit 20 Minuten, wo ich die Entstehungsgeschichte des Korans mit allen Löchern, mit allen Problemen erkläre. Ich muss wirklich sagen, das ist einer der wenigen Fälle, wo ich die weiße Fahne schwenken musste bisher, wo ich sagen muss, es geht wirklich nicht. Es geht beim besten Willen nicht. Ich dachte nach einiger Zeit, okay, vielleicht machen wir zwei, drei Videos mit 20 Minuten. Auch das ist keine Chance. Um es auch nur kurz anzureißen, und ihr werdet sehen, die meisten von den Videos, die in dieser Reihe sind, die sind eigentlich relativ kurz. Das braucht hunderte Videos, also Minimum 100 Videos. So viel ist schon relativ gut geplant. Es kann sein, es zieht sich noch deutlich in die Länge, vielleicht werden es noch deutlich mehr. Aber allein bis zum Tod von Mohammed, bevor überhaupt diese ganze Geschichte des Koran letztlich losgeht, bis dahin sind es schon über 40 Videos. Und es geht beim besten Willen wirklich nicht. Die Geschichte ist so eine Katastrophe. Das geht nicht in 20 Minuten, es geht auch nicht in 40 Minuten, es geht auch nicht in 60 Minuten. Selbst wenn man wirklich sich knapp hält. Also da muss ich Yassir Qadi sagen, er hatte Recht, Hut ab, die Geschichte ist wirklich so ein Desaster. Da braucht man Stunden, um auch nur das Gröbste zu erzählen. Jetzt werden nach diesem Video und nach jedem einzelnen Video natürlich Muslime kommen und werden sagen, stimmt alles nicht. Es ist gelogen, es ist falsch, wie es typisch ist, wie Muslime das so machen, weil sie können ja nicht sagen, ja, da hast du recht, steht halt wirklich so da. Okay, sagt meine Quelle. Ja, sagt der Koran. Ja, sagen die Hadithe. Ja, sagen die Tafsir. Ja, sagen die Gelehrten. Stimmt. Geht ja nicht. Die müssen ja, die müssen ja Nein sagen. Die Frage ist, was kommt dann für eine Begründung? Und deshalb, ich lade euch ein, korrigiert mich. Aber, widerlegt mich richtig. Eine anders lautende Angabe ist gleich die Widerlegung. Hey, das stimmt nicht, es ist so und so. Nein, so geht es nicht. Leute, so wird nicht widerlegt. Es gibt kein einziges Thema im Islam, wo ihr keine unterschiedlichen Angaben finden werdet. Übrigens, inklusive der Kreuzigung von Jesus. Manche sagen so, manche sagen so. Es gibt Koranverse, die zeigen in diese Richtung, es gibt Koranverse, die zeigen in die andere Richtung. Auch keine der Fragen rund um den Koran werdet ihr finden, wo es nicht unterschiedliche, abweichende, gelehrten Meinungen gibt. Wo es nicht Leute gibt, die sagen ja und Leute gibt, die sagen nein. Selbst beim Tauhid, der wahrscheinlich zentralsten islamischen Lehre, da sind Köpfe gerollt, weil Leute da anderer Meinung waren. Die einen sagen, das ist so, die anderen sagen, das ist so und die sind so unterschiedlich, dass die sich umgebracht haben über dieses Thema. Und ihr wollt sagen, nein, es gibt jetzt die eine richtige Meinung und es gibt diese eine Sache zu dieser Fragestellung. Gibt es nicht. Deshalb, wenn ihr mich widerlegen wollt oder mich widerlegen, ich bin eine Person, man kann die Person nicht widerlegen, aber wenn ihr eine Video oder eine Aussage in einem Video widerlegen wollt und das gilt übrigens für diese Serie, das gilt auch für alle anderen Videos, die ich habe, so geht das. Erstens, die falsche Aussage konkret benennen. Zweitens, die korrekte Aussage bringen mit Quellenangabe. Drittens, die Gegenargumentation darlegen, warum es jetzt so sein soll und viertens die Begründung, warum dein zum Beispiel moderner Gelehrter wichtiger sein soll als Ibn Abbas oder Imam Bukhari oder warum ist deine persönliche Einschätzung wichtiger als die von Dr. Yasir Qadi und wenn du diese Punkte gut darlegst, dann lasse ich mich auch korrigieren. Kein Ding. Aber es reicht eben nicht einfach zu sagen in irgendwelcher unbegründeter Selbstüberschätzung, ja, das akzeptiere ich nicht, ich bin anderer Meinung, wer ist Yassir Qadi, wer ist Shabir Ali und solche Sachen sehe ich in den Kommentaren ständig. Was ich vermisse in den Kommentaren sind Argumente. Da gibt es ziemlich wenig, ziemlich dünn und danach gespickt mit ja, Stroman-Argumenten und ähnlichen. Das ist traurig. Deshalb, liebe Muslime, hier seht ihr nochmal, so geht die Widerlegung. Okay? Jetzt muss ich vielleicht nur über meinen methodischen Ansatz sprechen. Es gibt verschiedene Blickwinkel und verschiedene Ansätze, wie man dieses Thema angehen kann. Entweder so dass ich sage, okay, wie die Straßen Muslim der Muslime ist. Es gibt nur einen Koran, fertig. Da wäre die Reihe sehr schnell vorbei, aber es hätte natürlich null Tiefgang, es wäre auch nicht mit irgendwelchen Quellen belegbar. Deshalb fällt das natürlich aus. Sollen wir historische Fakten untersuchen? Das wäre eigentlich der beste Blickwinkel. Das wäre die tatsächlich beste Sache, historische Fakten zu untersuchen, aber historisch zuverlässige Quellen gibt es quasi nicht. Über den Islam insgesamt sind die schon dünn gesät und auch wenn es um die Entstehungsgeschichte des Koran geht und viele Hadithe und viele Dinge, die da geschrieben sind, die machen in sich oder in Kombination mit anderen Hadithen oder in Kombination mit dem Koran überhaupt keinen Sinn. Wenn zum Beispiel gesagt wird, dass verschiedene Lesarten aufgeschrieben wurden, obwohl es da noch gar keine diakritischen Zeichen gab und noch gar keine Vokalisierung gab, die man aber braucht, um diese Kira-Art, um diese Lesarten, um diese verschiedenen Aussprachen aufzuschreiben, das heißt, das ist ein kompletter Anachronismus, das macht überhaupt keinen Sinn, diese Aussage, Das geht schon mal nicht und damit zeigt sich dieser dieses an sich schon nicht historisch glaubwürdig, aber sollen wir jetzt wirklich historische Fakten untersuchen? Schauen wir mal, was Yassir Kadi dazu zu sagen hat. Das muss ich wieder hier kurz einblenden. Sehr klar und auch jedem sehr fortgeschrittenen Studenten und Spezialisten, dass die geläufige Erzählung Löcher hat. Das ist das, was ich sagen werde. Die geläufige Erzählung beantwortet einige sehr dringende Fragen nicht. Ja, das ist unser Problem, was wir haben, dass eben die Standard Erzählung des Islam Löcher hat, aber es macht nichts, die Löcher lassen umso tiefer blicken, ist ja gar nicht schlimm und zumindest nicht für uns. Jetzt ist die Frage, was können wir sonst für einen Ansatz nehmen? Sollen wir vielleicht einen textkritischen Ansatz nehmen? Wie bei der Bibel das ist, sollen wir versuchen, den ursprünglichen Text herauszufinden? Das ist momentan noch gar nicht möglich. Es gibt zwei Projekte international, ein deutsches und ein englischsprachiges, aber ich weiß jetzt nicht, ob es in Amerika ist. Jedenfalls gibt es zwei Projekte derzeit, die die verschiedenen Handschriften, wie gesagt, es gibt ja keine zwei Handschriften vom Koran, die übereinstimmen komplett. Und jetzt gibt es dieses Projekt, etwas ähnlich wie die zum Beispiel wie die Biblia Hebraica Stuttgartensia, wo verschiedene Lesarten eben, sieht man es hier, wo verschiedene Lesarten, hier unten dann die Abweichung, die es hier, weil es gibt in verschiedenen Handschriften aufgeführt werden, wo es verglichen wird. Sowas ist in Arbeit, aber es braucht sicherlich noch lange Zeit, weil es eben zum einen von Muslimen mehr gemacht wird, an Handschriften ranzukommen und gleichsam muss das natürlich mühsam aufgearbeitet werden, ist keine einfache Geschichte, deshalb dauert das noch ein bisschen. Man kann also einen textkritischen Ansatz eigentlich nicht verfolgen. Den historischen Ansatz, wie gesagt, kann man eigentlich auch nicht verfolgen. Es gibt historisch, das, was man weiß, widerspricht den historischen, die historischen Fakten widerspricht dem, was der Geschichte des Koran einfach, die von Muslimen weiter überliefert wird. Den besten Ansatz, also diesen historischen kann man leider nicht bringen und das, was man da an Fakten bringen würde, wäre für die meisten Muslime praktisch nicht zu verdauen und die würden sich das gar nicht geben, wenn sie sehen würden, was da für Ergebnisse rauskommen, wenn man das Ganze historisch mal angeht. Das heißt, das Einzige, was bleibt, ist, dass wir das Ganze angucken anhand von islamischen Quellen und das ist der vierte Weg, den wir mit Muslimen gehen müssen, leider. Ob wir wollen oder nicht, wir schauen jetzt, was die eigenen Quellen der Muslime behaupten. Wie gesagt, zuverlässig sind die nicht, ich werde auch das nicht behaupten, dass es jetzt gute und zuverlässige Quellen sind, aber Muslime glauben das und deshalb, ja, selbst wenn dann im Laufe der Zeit werdet ihr sehen, dass Muslime eine Quelle nach der anderen, egal ob es Gelehrte sind, egal ob es Sahih Muslim, Sahih Buhari ist oder sogar Dinge aus dem Koran oder aus den Tafsiren oder was auch immer, da wird eins nach dem anderen über Bord geworfen werden, indem gesagt wird, ja, das stimmt nicht und so weiter, wird ja jetzt auch zunehmend gemacht, gerade mit Haditen, selbst der saurische Kronprinz sieht und weiß und viele andere auch, dass natürlich das eine intellektuelle Beleidigung ist, was so in den Haditen steht, selbst in den authentischen und da wird eins ums andere über Bord gehauen und das wird auch passieren, jetzt, wenn ihr diese Videoserie seht, ihr werdet Muslime sehen, die zeigen und sagen, das ist falsch, das ist falsch, ich zeige ja nur, was in den Quellen steht und Muslime werden ihre eigenen Quellen über Bord hauen, das werdet ihr sehen, mal um mal aber wir tun jetzt einfach mal so, als wären diese Quellen, als wäre der Koran, als wären die Haditen, als wären die islamischen Gelehrten vertrauenswürdig, tun wir mal so, auch wenn es nicht so ist, aber das ist eben das, wo Muslime am schwersten am schwersten ja ich mal ich sag mal so ringsrum kommen, weil es der eigene Ast ist, auf dem sie dann den sie dann absägen und das, was man dann sieht und was man dann sagen kann und sagen muss, das hat ja der Pierre Vogel schön zu Wort gebracht, sobald sie irgendwas gefragt werden, ja nein, wir distanzieren uns, das ist ja heute ganz anders, was strahlst du damit aus? Du strahlst damit aus? Ja, sorry, auch hier das Rendering wieder inkomplett, du strahlst damit aus, deine Religion ist schwach und das ist der Punkt, dass Muslime indem sie diese Dinge ablehnen, ihre eigenen Quellen ablehnen, natürlich zeigen, was sie vom Islam an sich halten, dass sie zeigen, okay, der Islam ist schwach. Okay, weiter, mein methodischer Ansatz, das hat man schon angeguckt, jetzt gibt es noch einige wichtige Begriffe, weil es da offensichtlich offensichtlich viel, viel Verwirrung gibt. Ich zeige euch mal ein bisschen Verwirrung, die da gestiftet wird oder wo einer selbst verwirrt ist. Dass es sich bei diesen sieben Ahruf um sieben verschiedene Kiraat handelt. Ja, wie man heutzutage gemäß der Rewire von Hafs nach Asim liest, waren es ursprünglich Ja, also Iman TV ist tatsächlich der Meinung, dass es bei den sieben Kiraat um diese Achruf sich handelt. Aber die Frage ist natürlich, was sind Achruf? Manche wissen schon, von was ich rede, manche haben noch nicht mal eine Ahnung, was überhaupt das sein soll. Keine Bange, es weiß sowieso keiner, was das ist. Und der angesehene islamische Gelehrte Ibn Kutaibu hat 35 Meinungen zu diesem Thema aufgezeichnet und Al-Suyuti wurden über 40, hat über 40 verschiedene Meinungen aufgeführt und jede einzelne Meinung, was diese Achruf sind, wurde widerlegt. Also auch das, was Iman TV hier bringt, auch das, was Sertatsch hier bringt, ist eine widerlegte Meinung. Das ist sogar eine von denen, die mit am einfachsten zu widerlegen ist. Also so eine Verirrtheit oder Verwirrtheit ist schon wirklich erstaunlich. Aber ich meine, irgendwas muss man ja sagen. Und es kommt auch wahnsinnig schlecht, wenn man sagen muss, hey, Achruf, das ist natürlich ein sehr wichtiges Thema. Keine Ahnung, wir wissen nicht, was es ist. Aber das ist das, was die ehrlich sagen müssten, wenn sie ehrlich sein wollen. Aber da das natürlich in der islamischen Dauer ganz, ganz schlecht kommt, wenn man sagt, hey, wir wissen so zentrale Begriffe, so ganz zentrale Begriffe wie Achruf nicht. Aber vielleicht, damit wir doch eine Spur kriegen. Achruf ist die Mehrzahl von Harf, von Buchstabe. Also es sind verschiedene Buchstaben, wo Mohammed gesagt hat, es sei in sieben Buchstaben oder sieben Achruf ihm offenbart wurden, der Koran. Wann hat er das gesagt? Nachdem Muslime untereinander große Abweichungen entdeckt hatten, so starke Abweichungen, dass sie sich selbst an die Gurgel springen wollten und mit aller Gewalt sozusagen noch zügeln konnten. Nicht im Gebet schon übereinander herzufallen und erst dann sich quasi stranguliert haben und zum Prophet gegenseitig geschleppt haben, zum Propheten Mohammed, zu ihren Propheten. Dann wurde das gesagt, ja, das ist halt richtig, das andere ist auch richtig, weil es gibt diese sieben Achruf, von denen offensichtlich die Muslime vorher noch gar nichts wussten. Aber Mohammed hat es halt gesagt, warum vielleicht musste er da irgendwie eben diese Unterschiede, die er reingebracht hat, ausbügeln. Was auch immer, was auch immer historisch tatsächlich dahinter steckt, aber das ist das, was in der Überlieferung steht. Es sind verschiedene Varianten, die so unterschiedlich sind und wir werden auch noch sehen, es gibt Beispiele, wie unterschiedlich die sind und da merken wir, das hat mit Kirat überhaupt nichts zu tun, kann gar nicht, aber jedenfalls, wie gesagt, das ist eine grobe Verwirrung, das mit Kirat zu vermischen. Jetzt ist die Frage, was sind denn diese Kirat, von denen ich ständig spreche? Also, was sind Kirat? Das sind die verschiedenen Lesarten beziehungsweise Textversionen des Koran. Die unterscheiden sich hauptsächlich in den Konsonanten, also in der Aussprache, im Dialekt könnte man sagen, aber nicht nur, sondern auch im Konsonantentext, was nicht sein dürfte, aber so ist. Und da wurden eben einmal verschiedene Kirat festgelegt. Ich zeige euch jetzt erst noch mal ein Video zum Thema. Zwischen der Unterschied zwischen den Achruf und den Kirat, okay? Wie wir bereits erwähnt haben, ist womöglich die Ansicht am nähersten zur Wahrheit, wo wir, wie ich hier zitiert habe, dass die Achruf, dass die sieben Achruf, dass es hierbei um sieben verschiedene Kirat handelt. So, bei den Kirat haben wir zehn Stück. So, wie kommt es dazu, dass wir sieben haben und dann plötzlich zehn? Die zehn Kirat, um sie wirklich runterzubrechen, ganz einfach zu verstehen, um das nicht viel komplex zu machen, sind schlussendlich nichts anderes, als eine Art Kombination dieser sieben Achruf. Diese zehn Kirat, diese zehn Korah, die den Koran in ihre Lesart überliefern, ist eine Art der Kombination von diesen sieben Achruf. Stellt euch das so vor wie die vier Rechtsschulen. Wir haben im Islam die vier Rechtsschulen. So, zu jener Zeit hatten wir aber viel mehr als vier Rechtsschulen. Warum haben wir jetzt vier etablierte Rechtsschulen? Weil diese vier Imame die bekanntesten wurden und sie hatten die meisten Schüler. Genau dasselbe trifft auf die Kirat zu. Diese zehn waren schlussendlich die Lesarten von den Lehrern, die am bekanntesten wurden und die meisten Studenten hatten und wodurch sich dann diese zehn Lesarten ergaben. So, jetzt könnte jemand sagen, ja, aber ich könnte ja auch eine elfte Lesart, ein elftes etablieren, indem ich sie kombiniere. Theoretisch wäre das gar nicht falsch, denn all diese Achruf, all diese Lesarten sind ausreichend und heilend. Das heißt, wenn man die Grammatik beherrscht, wenn man die arabische Sprache beherrscht, ist es kein Problem, diese sieben Achruf zu kombinieren. Aber als Erleichterung, genauso wie wir den vier Rechtsschulen zu danken haben, dass sie uns den Fiqh, Jurisprudenz im Islam so erleichtert haben, folgen wir diesen zehn Lehrern, die diese Lesart offenbart haben. Das heißt, diese Flexibilität ist abgesegnet vom Propheten und all diese Lesarten sind ausreichend und heilend und sind der Koran. Das heißt, wenn jemand euch fragt, ist mir passiert, welche Leser ist der Koran, dann hat ja, grober Unsinn, es gibt ja auch nicht nur diese zehn Lesarten und diese zehn Lesarten wurden nur als kanonisch, als akzeptiert festgelegt, aber es gibt solche Kombinationen, von denen Seher spricht, gibt es nicht nur zehn, nicht nur zwanzig, nicht nur dreißig, nicht nur vierzig, nicht nur fünfzig, nicht nur sechzig, nicht nur siebzig, nicht nur achtzig, nicht nur neunzig, nicht nur hundert, nicht nur zweihundert, nicht nur dreihundert, nicht nur vierhundert, es gab vermutlich geschätzt, also man kann es hochrechnen, aber ungefähr, ungefähr siebenhundert verschiedene Lesarten, von denen alle, von diesen verschiedenen möglichen Kombinationen, von denen Sert hat hier gesprochen hat, von denen alle als falsch verworfen wurden, bis auf zehn, und diese zehn eben nicht, weil sie nachweislich möglichst eng am Urtext waren, oder irgendwas, sondern weil sie beliebt waren, und alles andere ist quasi, ja, wobei, aber erst mal ging es ja darum, erst mal waren es nämlich sieben, und dann kamen noch drei dazu, und da sprechen wir jetzt aber schon um ein Jahrhundert, also viele, 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 viele Jahrhunderte nach Mohammed, wo dann festgelegt wird, was jetzt Koran ist, und man hat damit ja nicht nur festgelegt, was ist Koran, man hat auch gesagt, alles andere, diese ganzen, diese ganzen 690, sage ich jetzt mal, sind nicht Koran, sind falsch, sind verworfen, sind ganz schlecht, das hat man damit ja auch gesagt, das ist nur weil es das so gab, übrigens zu diesen Kiraat kommen dann nochmal jeweils Rivayat, das sind verschiedene Ravi, also Überlieferer, die auch nochmal das Ganze weitergegeben haben, die sich aber auch wieder von diesen Kiraat unterscheiden, die sind nicht identisch, also auch die Schüler, zum Beispiel der Mehmed, lernst vom Ali, der Ali hat den Vers so, der Mehmed hat den bisschen anders, obwohl er von seinem Lehrer das gelernt hat, wo kommt diese Veränderung her, und das gibt es dann eben, wurde auch wieder ausgesucht, nicht nur, weil es dann zwei pro Kiraat nur gab, es gab viel mehr, aber von diesen Kiraat wurden dann die Rivayat nochmal aufgeschlüsselt, beziehungsweise diese 700, die es da insgesamt an verschiedenen Lesarten gab, sind eben sowohl Kiraat als auch Rivayat, als auch, dann gibt, das spaltet sich dann immer noch weiter auf, und es hat auch dann noch weitere Begriffe, wie jede Generation sich dann nochmal aufdröselt, in verschiedene Formen des Koran, die sich alle geringfügig unterscheiden, manche, aber auch tatsächlich nicht nur in den Vokalzeichen, sondern im Konsonantenskelett, im Rasen, eben das Konsonantenskelett, ohne die diakritischen Zeichen, ohne die Punkte und Striche, die im Arabischen nötig sind, um zum einen zu zeigen, welcher Buchstabe ist das überhaupt, weil viele Buchstaben sehen gleich aus, bis auf Punkte dazu, ringsherum, oben und unten, und dann gibt es noch Vokalzeichen, die eben dann die Aussprache beeinflussen, und diese beiden Sachen, die gab es anfangs nicht, das heißt, der ursprüngliche Koran ist wahnsinnig vieldeutig, und wurde dann eben erst später festgelegt mithilfe dieser Vokalzeichen und diakritischen Zeichen. Und dann ist noch ein weiteres wichtiges Wort, Abrogation. Laut Koran 206 zieht Allah Verse aus, indem er sie in Vergessenheit geraten lässt, und ersetzt sie durch einen besseren oder einen, der ihm gleicht. Abrogation betrifft nur gesetzliche Regelungen und kann nur vor dem Tod Mohammeds geschehen. Klar, weil ja Mohammed der letzte Prophet sein soll, von der die Offenbarungen bringen kann, durch den die Offenbarungen gebracht werden können. Das heißt, wenn ein Vers ausgetauscht werden soll, kann er natürlich, nachdem Mohammed gestorben ist, nur noch wegfallen, aber nicht ausgetauscht werden. Ist eigentlich ziemlich einfach, ziemlich logisch, aber wird dem Islam oder bereitet dem Islam massive Probleme, wie wir sehen werden. Und dieses Konzept von Nasr und Mansur dient dazu, Widersprüche im Koran eben aufzulösen. Die späteren Offenbarungen ersetzen die früheren Offenbarungen und zum Beispiel ist jetzt Alkohol zunächst erstmal positiv bewertet im Koran, das ist ein Zeichen, ein Wunderzeichen von Allah, dann wird es eher als zwiespältig gesehen und später wird es dann als Teufelswerk angesehen. So ändert sich selbst sowas. Aber das ist ja eine rechtliche Regelung. Geschichtliches kann eigentlich nicht abrogiert werden, obwohl auch das angeblich vorkommt. Historische Ereignisse. Aber dazu vielleicht andermal mehr. Also das sind so einige wichtige Begriffe. Ich weiß nicht, ob ihr noch andere Begriffe habt, die ihr nicht versteht, die im Lauf der Zeit oder in Videos, die euch begegnen. Aber das sind mal so die ganz grundlegenden, die ihr verstanden haben müsst, beziehungsweise im Fall von Achruf wissen müsst, kein Mensch weiß es. Aber auf jeden Fall alles, was jemand sagt, ist erstmal falsch. Weil alle 40 von Assujuti vorgeschlagenen Lösungen sind widerlegt. Und auch das, was Sertac sagt, oder sobald sich einer darüber äußert und sagt, das ist Achruf, kannst du automatisch wissen, es ist falsch. Weil jede Theorie widerlegt ist. Keiner weiß letztlich, was die Achruf waren. Wir kommen zum letzten Teil des Einleitungsvideos, nämlich die Warnung an Muslime. In den kommenden Videos, die wären nicht einfach. Warum? Weil eure Gelehrten euch seit Jahrhunderten belogen haben. Und ich sage ja Dinge in den kommenden Videos, die selbst Dr. Yassir Kadi nicht mal gesagt, gewagt hat, auszusprechen. Aber es sind Dinge, von denen du weißt, dass sie stimmen. Wir gucken uns diesen Ausschnitt nochmal an. Der ist wahnsinnig wichtig. Und bitte hört das mit Verstand. Das macht keinen Sinn und das ist nicht wahr und dies und das und sie werden Fragen bringen, die ich jetzt nicht ausdrücklich nennen werde, von denen du weißt, dass sie stimmen, weil sie in deinen eigenen Büchern sind. Von denen dass sie stimmen, sie stimmen, sie stimmen, sie stimmen, weil sie in deinen eigenen Büchern sind. Sie erfinden nichts Neues. Sie werden dir die 20 Lesarten bringen und sie werden dir Berechnung bringen und dann nimmst du dazu noch sehr bekannte Probleme von ich will nicht einmal deutlich werden und obendrauf bringst du noch alte Schriften und das und das es ist einem sehr klar und auch jedem sehr fortgeschrittenen Studenten und es ist einem sehr klar also wer sich ein bisschen damit beschäftigt und ein bisschen habe ich das auch gemacht es wird einem sehr klar dass diese Standard Erzählung einfach Löcher hat und vorne und hinten nicht hinhaut und es sind nicht nur Löcher in der Geschichte in der Erzählung letzten Endes sind es Löcher im Koran das werden wir sehen und noch mal es sind Dinge die Muslime selbst Gelehrte ich rede jetzt nicht von dem Sertaj ich rede nicht von dem Anas ich rede nicht von dem alle die bei mir auf dem Kanal mit A rumhängen Gelehrte wissen dass diese Dinge stimmen weil die stammen aus ihren eigenen Büchern und ich werde das ja alles ich werde das ja alles mit Quellenangabe zeigen manchmal mal werde ich vielleicht nur kurz einblenden können aber ihr könnt die Videos immer anhalten pausieren ihr könnt dann gucken wo steht das angeblich ich habe zu jedem Ding eigentlich eine Quellenangabe ihr könnt wie immer gucken wo steht es und werdet merken jawohl das steht tatsächlich so da wie der Klaus das gesagt hat aber jetzt kommen natürlich Muslime mit dem Wunder der Reinterpretation das alles was eigentlich laut ihren eigenen Quellen Sahih ist oder Hassan ist wird daif oder eine Israeliat und das wird dann zu Masrug also verworfen und so irgendwie schaffen die Muslime das schaffen gerade die Internet Dschihadisten das aus was ihre Gelehrten als Sahih als authentisch festlegen als verworfen zu erklären ohne Studium geht das vielleicht geht sogar nur ohne Studium keine Ahnung das schaffen die ohne Studium ohne sich auszukennen oder der Koran die schaffen es zu sagen dass ich es falsch verstehe und dann zeige ich vielleicht ein Tafsir dass es genauso dasteht und genauso gemeint ist und dann heißt trotzdem du verstehst es nicht auch wenn der Tafsir mir recht gibt auch wenn der Kommentar das was ich sage bestätigt wie in vielen Videos wir das bisher schon gesehen haben aber viele Dinge könnte man natürlich auch in den Videos noch besser noch intensiver auslegen wie gesagt selbst diese vielen vielen Videos die werden relativ kurz sein man könnte über jedes Video wahrscheinlich einen Abend machen wie wir heute den haben über jedes einzelne Thema so einen Abend machen aber das wird natürlich irgendwann alles sprengen und keiner wird sich es mehr angucken man kann sicherlich gegen Argumente bringen man kann sicherlich manches angucken aber deshalb habe ich auch mit gedacht ich mache das wirklich nicht in einem ewig langen Video will ich am Schluss schon noch machen zu einem Bomben video wo alles zusammen kommt will ich schon machen aber erst mal nicht erst mal Stück für Stück weil Muslime schnell dabei sind zu sagen alles gelogen und jetzt müssen Muslime hergehen und müssen jedes eigene Video widerlegen müssen jedes eigene Argument müssen jede eigene Frage versuchen umzuinterpretieren und ihre eigenen Quellen über Bord zu hauen und sie die Quellen zu diskreditieren die Quellen für ungültig zu erklären und das sehen wir ja ständig wie wie das und dass das wie ein Argument widerlegt wird wie ein Punkt widerlegt wird habe ich ja vorhin schon mal gezeigt und das erwarte ich auch von euch Muslimen dass ihr das vernünftig macht und liebe Muslime die ihr vielleicht ja eben ich sag mal Opfer seid die ihr nicht selbst mit mit Unsinn erzählt sondern die ihr diesen Unsinn erzählt bekommen habt geht hin checkt die Quellen ich gern höre ich mir auch deine Kritik an gern kannst du mir auch sagen was du denkst was falsch ist aber ich versuche das wirklich ja das wirklich anhand von Quellen zu zeigen und immer Quellen mit einzublenden natürlich kostet es Zeit das Ganze nachzuprüfen nachzuforschen aber denk dran ich weiß nicht was du machen willst willst du einfach den Muslim glauben oder hörst du dir Kritik an was ich sag oder prüfst du es vergiss nicht es geht letztlich um alles liebe Muslime du findest vielleicht manches falsch du findest vielleicht du kannst ja manches vielleicht nicht vorstellen aber nimm dir die Zeit check es guck was die Quellen sagen und dann merkst du merkst du ob du einfach den Muslimen glauben willst die dir das erzählen was du schon immer gehört hast oder ob du das nachprüfst und merkt vielleicht ist da doch mehr dran es geht um alles es geht darum wo du letzten Endes landest es geht mir auch nicht darum ein Buch zu zerfetzen oder irgendwas gegen Muslime im Gegenteil es geht mir darum liebe Muslime ihr seid auf einem vollkommen falschen Weg ihr seid irregeführt seit ihr irgendwas über den Islam gelernt habt seit ihr irgendwas über den Koran gelernt habt und eure Chance ist das jetzt zu prüfen ob das mit dem Koran wirklich hinhauen kann ob das wirklich Gottes Wort sein kann ob es wirklich stimmt dass dieser Koran von Allah wundersam bewahrt worden ist und diese Serie soll natürlich auch dazu dienen zum Schutz von Nicht-Muslimen die aber mit Dawa zum Islam gebracht werden sollen die mit Falschaussagen die mit solchem Unsinn der eigentlich nach nach zehn Minuten Nachforschung im Internet schon klar ist dass es Unsinn ist aber wer wer findet das auf Anhieb viele lassen sich oder manche viele lassen sich überwältigen manche lassen sich so einen Quatsch einreden und um da Menschen davor zu bewahren so irregeführt zu werden deshalb gibt es diese Serie und wenn du kein Loch verpassen willst dann drück die mag also drück mag ich natürlich um mich zu unterstützen abonniere den ach so Kanal und aktiviere die Glocke dass du immer wirklich bei den neuen Videos dass du informiert wirst und weißt was das neuste was das weiter weiterführende Loch ist wie es weitergeht und euch erwartet einiges freut euch jetzt erst mal genießen wir dieses herrliche Interview Position bezüglich der Bewahrung des Koran ist zum Beispiel Hafs an Asim siehst du das als direkt wörtlich von Allah herabgesandt an bewahrt von Allah oder würdest du es nicht als herabgesandt ansehen was ist deine Position gut gut okay zuerst einmal Allah er ist der gepriesene und erhabene sagt gewiss wir sind es die wir die ermahnung offenbart haben und wir werden wahrlich Erhüter sein so glauben wir es als eine theologische Angelegenheit als eine Frage unseres Glaubens dass Allah den Koran bewahrt hat da gibt es keine Frage Nun was das Thema selbst betrifft also erstmal muss er sagen okay es ist alles bewahrt klar aber weiterreden wollen wir eigentlich nicht also das muss natürlich er muss das ja sagen er kann ja nicht sagen bewahrt ist es nicht aber schaut mal was er dann für Kommentare bringt vor was er Angst hat es reicht ja schon was er alles nicht sagt er traut sich gar nicht die Dinge beim Namen zu nennen aber er sagt hey da werden Fragen aufgeworfen und die Fragen sind keine falschen Fragen sondern die sind korrekt und die haben Gründe und wir wollen das nicht öffentlich besprechen warum kann man so Dinge nicht einfach öffentlich besprechen das was Iman TV und andere Dawa Macher von sich geben das kann man sehr einfach öffentlich besprechen wenn das die Wahrheit wäre ja es ist bewahrt bis auf den letzten Buchstaben bis auf den letzten Punkt bis auf den letzten Strich alles bewahrt alles gut wenn das die Wahrheit wäre dann wird er es ja so sagen und einfach stehen lassen aber er sagt hey lass uns über diese Themen gar nicht reden so weiß jeder einzelne Student der islamischen Wissenschaft der die Koranwissenschaft studiert dass die schwierigsten Themen Achruf und Kirat sind und das Konzept von Achruf und die Realität von Achruf und die Beziehung zwischen Uthmans Mushaf und den Achruf und die Erhaltung der Achruf ist es eins sind es drei sind es sieben und die Beziehung der Kirat zu den Achruf das ist ein Thema wenn du anfängst als Student der islamischen Wissenschaft anfängst dann was ist das was geht hier vor sich wenn du ein bisschen weiter gehst lernst du einfach auswendig zu lernen was deine Lehrer sagen und es wieder von dir zu geben und du verstehst es nicht ganz wenn du tief eintauchst werden die Dinge sehr sehr unbequem und schwierig und das ist nicht neu das ist seit der Zeit des Sahaba in den Sahih oder den Hassan Hadith von Ubay Ibn Kaab der Hadith von den Achruf das als der Prophet die Frage der Achruf erwähnt hat und dass es verschiedene gibt und so weiter das ist in der Version von von Musnad Ahmad Ubay Ibn Kaab sagte authentische Hadith ein Zweifel kam in mein Herz ein Zweifel kam in mein Herz über den Islam wie ich ihn seit den Tagen der Unwissenheit nicht hatte das ist kein Spaß Brüder und Schwestern die Frage von Achruf in Kirat hat in jemandem Verwirrung hervorgerufen von dem der Prophet gesagt hat wenn ihr den Koran direkt hören wollt hört Ubay zu Ubay ist nicht einmal ein durchschnittliches Sahabi er ist der Kari des Koran er ist der Meister er ist wer er ist und er so ein Zweifel kam in mein Herz was soll das alles und der Prophet legte seine Hand und er so und alles ging weg mein Bruder du und ich wir haben diesen Segen nicht nicht wahr du und ich wir haben diesen Segen nicht also noch mal du fragst einige sehr ehrliche Fragen und es ist das erste mal dass ich diese Dinge sage viele Leute die sich meine Vorträge anhören sind sich bewusst dass ich die Krise erwähnt habe die mir in Yale passiert ist mein erstes Jahr in Yale es war keine Glaubenskrise übrigens lasst uns sehr klar darüber sein Leute interpretieren das falsch es war eine Krise meines Verständnisses vom Wissen es war eine Krise dessen was meine Lehrer mir beigebracht haben gepriesen sei Allah gepriesen sei Allah als was war die Krise ich habe sie erwähnt ich habe mich darauf bezogen ich habe es nie ausdrücklich gesagt warum habe ich nicht gesagt weil das nicht öffentlich gesagt werden sollte aber unglücklicherweise diese Brüder weil sie die e-mail veröffentlicht haben und jetzt muss ich muss ich das ist das Problem das Problem der Achruf und Bewahrung und der Kirat und der Beziehung zwischen ihnen das sind sehr sehr schwierige Fragen und die besten unserer Gelehrten sind sich nicht so ganz sicher wie man alle die ungelösten Fragen dabei beantworten soll Ibn Al-Jazri der ohne jeden Zweifel der größte Gelehrte der Kirat der letzten tausend Jahre war Ibn Al-Jazri hat bekanntlich geschrieben ich habe nachgedacht und überlegt über die Frage der Achruf und Kirat nachgedacht und überlegt über 35 Jahre lang 35 Jahre habe ich nachgedacht richtig war verwirrt und so und schließlich ist das meine Antwort sieben Tradition sieben und übrigens auch diese sieben alle späteren Gelehrten sagen das macht keinen Sinn und sie haben es fallen lassen nach 35 Jahren der größte Gelehrte der Kirat einige haben es akzeptiert es beantwortet nicht die Frage ich habe gesehen dass ich möchte nicht mit diesem thema anfangen okay in ordnung warum will ich dieses thema nicht anfangen der punkt ist dass diese fragen die 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 wissen was die kirat sind und die einige der fragen verstehen die aufgeworfen wurden also ist das was du sagst die erschütterung die kam also nicht die erschütterung sondern die krise die du hattest hat es etwas zu tun mit der beziehung zwischen achruf und kirat im prinzip nein die krise die ich hatte war nicht das die krise die ich hatte naja es war also das das war was es ausgelöst hat was war die krise die krise war sehr einfach und übrigens das ist jetzt ein wohlbekanntes offenes geheimnis unter vielen muslimischen doktoranden und akademikern in der ganzen welt das ist wohl bekannt traditionelle verstehensweisen der achruf und kirat können einige dieser dringenden fragen nicht beantwortet mit denen gestochert wird von unseren leuten außerhalb von unseren akademikern nicht von unseren von ihren akademikern außerhalb der tradition weißt du in einer muslimischen umgebung gibt es immer einen respekt den wir für den koran haben und wir sollten das in einer muslimischen umgebung drängen wir ein bisschen und dann werden wir sagen okay fertig wir haben es gehört und haben gehorcht und das ist großartig gepriesen sei Allah wenn du in das akademische gehst die haben diese rote linie nicht und die werden einfach weißt du die berühmte geschichte vom kaiser ohne kleider die werden einfach zeigen das macht keinen sinn und dies und dies und das und sie werden fragen bringen die ich jetzt nicht ausdrücklich nennen werde von denen du weißt dass sie stimmen weil ich will nicht einmal deutlich werden und obendrauf bringst du noch alte schriften und das und das es ist einem sehr klar und auch jedem sehr fortgeschrittenen studenten und spezialisten dass die geläufige erzählung löcher hat das ist das was ich sagen werde die geläufige erzählung beantwortet einige sehr dringende fragen nicht okay das ist das was ich sagen werde und ich denke wir müssen hier warte lass mich fertig reden weil das ist sehr wichtig ich lass mich das fertig sagen und übrigens wenn du online medien und artikeln folgst und so weiter das sind nicht mehr verborgene neuigkeiten mehr und mehr professoren und akademiker schreiben dinge und es wird publiziert auf twitter in den letzten zwei oder drei jahren hatte ich mindestens ich sag mal ein dutzend leute die mir so antwortest du darauf weißt du über koranwissenschaft über kiraat über alte schriften über probleme weißt du das ist jetzt in der westlichen universitätslandschaft wohl bekannt dass die probleme aufzeigen deren stand von jetzt wissen ist sprunghaft mehr geworden weißt du als es noch vor 100 jahren war weißt du also das problem ist nicht dass die westlichen gelehrten lügen sondern dass die jetzt wissen haben und dass die die probleme aufzeigen wo die gelehrten des islam gesagt okay wir haben ja rote grenze okay wir fragen nicht weiter okay wir merken wenn wir es weiter fragen fällt alles in sich zusammen machen wir nicht okay wir haben ihr respekt und hören jetzt auf und die westlichen gelehrten die fragen weiter und die zeigen die probleme die tatsächlich da sind schlimm für muslime für den islam und weitest gehen unsere sich nicht bewusst weitestgehend was eigentlich los ist auf der westlichen seite und sie beantworten diese fragen nicht in einer art wie sie beantwortet werden müssen und das ist etwas das alle von uns die wir in der wissenschaft sind völlig eingestehen in der tat haben wir nicht jeder ist kiratexperte aber alle von uns sind grundsätzlich praktizierende muslime wir haben eine gruppe die unter sich diese probleme diskutiert und einer von ihnen ich erwähne das einfach das herabsendung der kirat papier ist auch einer von unseren gruppen mitgliedern und du kannst dich anmelden bei herabsendung der kirat und so das ist eine interpretation die einen großartigen dienst tut aber es beantwortet nicht alle fragen mein punkt ist dass diese probleme von achruf und kirat hat der umma ganz von anfang an probleme bereitet es ist nichts neues und es gibt 15 meinungen darüber keine von ihnen beantwortet völlig alle fragen die aufgeworfen werden einige von ihnen beantworten mehr als andere also die probleme der beziehung der ursprünge der unterschiede und all dessen sollten nur unter denen diskutiert werden die mit dieser wissenschaft vertraut sind und ich werde noch mal sehr offen sein hier letztes semester habe ich einen unterricht beim islamic seminar of america über koranwissenschaft gemacht und in dieser klasse nahmen wir die studenten und haben sie eingeführt das ist was die gelehrten sagte das ist was sulci sagte das ist was irgendwas sagte und dann 20 minuten interview beantworten noch ist es weise das zu tun das ist warum ich dieses thema nie von mir selbst angesprochen habe du wirst nicht eine vorlesung von mir über dieses problem finden das sollte niemals öffentlich angesprochen werden und ich mag diese idioten nicht und sie sind idioten bei Allah weil die es sind die das verursacht haben in dieser frage sind sie äußerste idioten die etwas verbotenes getan haben und ich mag das nicht sagen das ist nicht etwas was man unter den massen diskutiert mein bruder es ist nicht weise wenn du kirat nicht verstehst lass es bleiben das ist warum ich das niemals getan habe und das ist auch warum ich mich selbst nicht verteidigt habe selbst als sie mich angeklagt haben denn es es mir lieber wenn Leute an mir zweifeln als am koran lasst sie mich aus dem lehrbetrieb werfen kein problem glaube an das buch von allah erst der griesene und erhabene also auf keinen fall sollten diese dinge diese fragen nach den kirot und so die sind so schwerwiegend diese fragen dass das auf keinen fall öffentlich diskutiert werden sollte auf keinen fall und ich weiß nicht liebe Muslime merkt ihr dass da irgendwas nicht stimmen kann wir Christen wir machen sogar extra live streams über Thema ich habe ich habe eine vierteilige videoserie gemacht nur über diese eine textstelle mit der ehebrecherin wir machen extra live streams über bewahrung des bibeltextes und erklären alle schwierigkeiten die das gibt wir reden über diese drei textvarianten die wirklich interessant sind es ist nicht so dass da irgendwas hinter dem Busch gehalten wird sondern wir reden drüber wir sagen wo Probleme liegen wir sagen was die Lösung da ist wir sagen was es für einen Einfluss hat und was es auch für Einfluss nicht hat wir reden über die 500.000 Plus Minus Varianten die es gibt wir sagen was es für Auswirkungen hat und was es auch nicht für eine Auswirkung hat und wir reden darüber ganz öffentlich kein Problem kein Problem aber Muslime wenn es um den Koran geht und um diese verschiedenen Lesarten die existieren auf keinen Fall öffentlich drüber reden auf keinen Fall öffentlich drüber reden liebe Muslime merkt es schon jetzt irgendwo dass da irgendwas stinkt dass da irgendwas faul ist aber was in den letzten paar Jahren passiert ist das bin nicht mehr ich es ist die westliche wissenschaft diese diese probleme werden jetzt zum mainstream twitter hat so viele konten von koran experten und die sind nicht muslime und sie sagen einfach dinge es werden bücher geschrieben und krill hat ein buch veröffentlicht nochmal also lies auch dieses buch für die die sich für solche sachen interessieren und ihr werdet verstehen hey wir brauchen gelehrte die an den koran glauben um den koran zu verteidigen und allah sei gepriesen und noch mal sei gepriesen gute nachrichten unsere gruppe hat lass mich dir eine frage stellen um zu versuchen das so genau wie möglich zu machen denke ich wenn ich dir ein unbeschriebenes buch geben würde ja und würde dir sagen schreib was das herabgesandte wort von allah ist in dieses buch ohne menschliche beeinträchtigung würdest du etwas schreiben was entspricht es ist keine einfache antwort es ist nicht einfach ja oder nein es reicht für den moslem zu glauben ich denke aber es sollte ein einfaches ja oder nein sein ja so kadi ich muss na gut ja und das denke ich auch hey wenn der koran buchstabe für buchstabe liebe annas wenn der koran buchstabe für buchstabe wort für buchstabe strich für strich bewahrt ist sag mir bitte kannst du mir einen koran schreiben der ursprünglich ist so wie muhammad ihn geschrieben hat schreib mir so ein koran ich bin echt gespannt drauf sag mir was du genau da reinschreibst es die gelehrten sagen ja ja kann man nicht so einfach sagen ja und jetzt kommt jetzt kommt ein dava missionar und sagen ja alles bis auf den letzten buchstabe bewahrt und gelehrte sagen hey das können wir gar nicht so ohne weiteres sagen interessant so muhammad wenn wir mit diesem telefongespräch fertig sind du und ich lass uns eine anzahl von diskussionen haben kein problem ich bin sehr offen mit fortgeschrittenen studenten aber diese probleme sollten nicht schau es ist wort allahs was geschrieben wird es ist wort allahs es ist was würdest du schreiben lass uns nicht lass uns du du bedrängst mich und ich sage es ist nicht weise zu hör zu ich habe eine bedingung wie ich gesagt habe alles was ich sage sind fakten wenn ich lügen und so machen möchte würde ich das jetzt gerade vor dir machen wir brauchen keine lügen und der koran ist das ungeschaffene reden also er braucht keine lügen aber wenn er hier die wahrheit sagt beziehungsweise einfach nur sagt ich sag nichts drüber lass uns jetzt nicht öffentlich drüber reden ich will nicht lügen das reicht um ihn abzusägen der Mann der hat einen Karriere Knick sonders gleichen er wird wie gesagt was sagen unsere Dawa Missionare wer ist Shabiali wer ist wer ist Yassir Qaddi interessiert mich nicht das war begrüßt wurde er hier von übrigens wisst ihr das Mohammed Hijab auch bei Iera gearbeitet hat wo Zertatsch arbeitet also selber Arbeitgeber und Mohammed Hijab hat ihn begrüßt mit die Legende der Dawa und hat ihn mit Handkuss und hat ihn geschmeichelt mit du hast mehr du hast mehr Abschlüsse als ein Thermometer gerade hat und hochgehoben aber wenn du auch nur einmal ehrlich bist und dann sagst lass uns nicht drüber reden nicht mal so ehrlich sein dass man wirklich die Dinge beim Namen nennt sondern nur so ehrlich sein zu sagen ich will jetzt nicht drüber reden Ende Ende Er sagt ich will jetzt nicht lügen ich will jetzt nicht lügen was sagt das aus über die Leute die sagen es ist bis auf den letzten Buchstabe bis auf das letzte Strich bewahrt was sagt das über die der koran ist bewahrt der koran ist bekannt der koran ist herab gesandt und allah sei dank alle kirat des koran alle kirat sind authentisch gepriesen sei allah belasse es dabei mein bruder ehrlich habe ich kein problem wenn wir eine diskussion haben oder nehme meinen unterricht aber darüber hinaus braucht es hintergrund information es ist genug für den moslem zu wissen dass der koran die rede allah ist die beschützt wurde und was wir rezitieren ist das wort allah das ist genug für die muslim ich schätze es wert wenn du das sagst schau der grund warum ich es nicht naja hier nicht zu wahr gelassen will ist weil ich denke dass wenn da unbestimmtheiten sind in dem was wir hier sagen dann wird es stützen was ursprünglich egal ob es im privaten gesagt wurde oder nicht es gibt glaubwürdigkeit na lass mich hier etwas sagen es ist in den letzten also ich habe über dieses thema diskutiert und über mein koran wissenschaftsbuch gesprochen das ich geschrieben habe es wurde veröffentlicht als ich 20 21 war also es ist 25 26 jahre dass ich über die ahruf und kirat nachdenke nicht wahr und dieses buch repräsentiert den standard mainstream der islamischen gedanken sozusagen es ist ein sehr fortgeschrittenes buch das die geläufigen positionen darstellt nun in den letzten 25 jahren speziell in den letzten 10 jahren bin ich tief tief in diese problematik eingetaucht und ich bin zu den originalquellen zurückgegangen ich hatte beratende experten und ich habe eine theorie die funktioniert und wenn Allah will wenn die zeit passt werde ich bücher und artikel darüber publizieren in der zwischenzeit was habe ich getan aber dann aber lass mich diesen fertig machen das mit diesem fertig machen das ist sehr wichtig bevor ich meinen gedankengang verliere was habe ich getan ich habe etwa ein dutzend gelehrter kontaktiert zu denen ich aufschaue und ich werde einige von ihren namen nennen aber schreibe mir das zu scheik akram nadwi scheik abdul yusuf dort in england scheik gepriesen sei erler der gerad experte in medina und zwar als ich nach medina ging habe ich eine verabredung gemacht um ihn zu kontaktieren und wir haben eins zu eins diskutiert und ich habe die ergebnisse unserer gruppe präsentiert das bin nicht nur ich 15 von uns denken über diese probleme nach wir verstehen einige dieser modernen probleme und so und ich habe die ergebnisse all diesen leuten präsentiert die weltklasse experten sind einige von ihnen ich werde ihren namen jetzt nicht nennen weil ich nicht weiß ob die das möchten stimmen völlig zu einige von ihnen haben gesagt das sind wirklich interessante ideen ich brauche zeit um darüber nachzudenken und in der zwischenzeit möchte ich dass du mir das schriftlich gibst okay einer von ihnen okay wenn ich hier noch ein bisschen zurückgehen darf ich weiß dass ich möchte dich nicht in verlegenheit bringen aber es ist nur um die dinge klar zu machen der mann ist unbezahlbar wie du weißt habe ich viel zeit mit shaykh akram verbracht ja und wir hatten diese gespräche über die kirat nun seit vielen jahren würde ich sagen seit vielen jahren hatte ich diese gespräche darüber seine ansicht ist okay die kirats sind nicht herabgesandt es ist sehr er hat das öffentlich gemacht es ist nicht etwas was es ist auf seiner youtube seite ich denke was ich es ist okay seit vielen jahren haben viele leute das gesagt auch wenn ich völlig wenn ich vehement der idee widerspreche dass der koran dass die dinge nicht herabgesandt sind aber viele leute haben das seit vielen jahren wenn du den jihad oder den altabri was auch immer es ist klar dass die fragen der überlieferung war nicht immer eine offengestellte mit allen zehn kirat die sozusagen da sind aber was ich ein bisschen irgendwie drängen will weil diese frage hier denke ich wenn sie unbeantwortet bleibt eine menge leute werden zweifel an deiner position haben wenn das schau wenn 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 jemand dir einen koran geben würde der leer ist in dem sinne dass nichts darauf geschrieben ist und ich gebe dir einen stift offensichtlich bist du ein hafiz des koran mit dem kirat offensichtlich kannst du das beschreiben aber die frage ist würde das was du in dieses buch schreibst übereinstimmen mit irgendeinem ich sage nicht dass es herabgesandt ich meine wäre es sahih authentisch würde es mit irgendetwas übereinstimmen was wir haben im sinne der rivayat und der kirat wenn die antwort nein ist dann könntest du dargestellt werden als hättest du einen standpunkt der nicht nur völlig gegen die norm ist sondern auch völlig über das hinaus geht was in den letzten 1400 jahren geschrieben oh tut mir leid auch hier wieder video rendering nicht bis zu ende geführt seltsam aber es sind eh nur noch wenige sekunden also es gibt es gibt letzten endes keine antwort drauf jazier kadi lässt sich nicht dazu hinreißen zu sagen jawohl das oder das wird geschrieben ja es wird vielleicht ein gemisch sein oder irgendwas es er bekommt seine antwort nicht wenn es so einfach wäre wenn es so einfach wäre zu sagen ja ist doch ist doch eh alles eins zu eins wort für wort buchstabe für buchstabe strich für strich punkt für punkt überliefert wenn es so einfach wäre warum sagt er es dann nicht oder ist es einfach so wie jazier kadi das gesagt hat ich könnte jetzt lügen aber ich will es nicht und deshalb sagt er lieber gar nichts zum thema weil es so schwierig ist dass selbst die experten sich beraten und hin und her reisen und versuchen eine lösung zu finden und er weiß selbst noch nicht richtig und die gelehrten auch nicht so richtig ob das die lösung sein kann und dann bringt muhammad hijab noch einen gelehrten der sagt ja gut aber die kirat das ist nichts heruntergesandt das ist jetzt nicht das wird erlasst die kirat sondern das war interessant ja also ihr seht ein superspannendes interview ein superspannendes thema ein superspannendes fass was da aufgemacht wurde und was letzten endes dieses argument in der dauer im englischsprachigen bereich schon versenkt hat im deutschsprachigen bereich gibt es tatsächlich noch leute die die echt sowas sagen und die hoffen dass es dass es ja nicht rauskommt die hoffen dass diese diese dinge die da jazer kardi nicht sagt dass sie nicht ans licht kommen leute wir leben im internet zeitalter sowas kommt raus und selbst wenn jazer kardi dieses video dieses interview aus dem internet genommen hat ja ich hab's noch und ich hab's euch jetzt gezeigt und es kann eigentlich keiner und ich glaube auch youtube wird jetzt nicht wiederholt das machen dieses video rausnehmen ähm das kommt doch ans licht ich weiß nicht wie ich weiß nicht ob man dreist sagen kann oder selbstsicher man sein kann um nach wie vor sowas zu sagen es ist unglaublich entweder ist es bewusste Täuschung oder es zeigt wirklich eine unkenntnis der thema des themas was über alles hinausgeht was man ultra crepidarian nennen kann ähm die die liebe Colossians hat gesagt das sei ihr lieblingswort von Yassir Khadi ultra crepidarian ähm das ist einer der kein Experte ist auf dem Gebiet aber trotzdem drüber redet so ungefähr ähm ist übrigens kein gutes Argument das ist ein Scheinargument weil selbst jemand der kein Experte ist kann über ein Thema die Wahrheit sagen und sogar jemand der ein Experte ist kann sich auf diesem Gebiet irren also ob ich jetzt ob jetzt jemand Experte ist oder nicht ist egal was wichtig ist irrt er sich auf diesem Gebiet und ich verlasse mich ja nicht auf meine Schlussfolgerungen oder sowas sondern ich zeige euch was in den Büchern steht da braucht man kein Fachmann sein man muss eigentlich nur lesen können und ihr werdet denke ich viel viel Freude haben außer ihr seid Muslime dann werdet ihr merken wie ihr seit Jahrhunderten belogen worden seid wie eure Gelehrten entweder selbst keine Ahnung haben oder manche euch bewusst ins Gesicht lügen und liebe Daueropfer vielleicht könnt ihr nochmal überlegen hey vielleicht bin ich echt überlistet worden vielleicht haben die mir Zeug erzählt was gar nicht stimmt vielleicht muss ich das alles nochmal überdenken ob das so ist dass der Koran als wundersam bewahrt gelten könnte oder vielleicht wurde er doch gefressen vergessen verbrannt verloren wie die islamischen Quellen das sagen in diesem Sinn wünsche ich euch einen schönen Restabend und noch viel Achso